Musik 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 Ich baue ein Haus aus Sand, warum fällt das immer nach unten? Das verstehe ich nicht. Das ist doch cool. Ich schelde das hier auf mein Pension 2 Notebook mit Windows 98 SE Es tut mir leid, dass es hakt, ich habe nur 3 FPS. Warte mal, warte mal, SE? Die Serveredition? Das sind die richtig guten Kids. Das sind meine Root-Server, ne? Und jetzt, jetzt geht das. Ey, sorry, dass das lag, das wird sich dann in 3 Jahren ändern, dann habe ich eigentlich einen neuen PC. Bluetooth ist für Vendetta Soundbase, oder? Ja. Der hat damit 10.000 Kanäle. Du musst herausfinden, welcher der echte ist. Ist doch Quatsch, was du hier erzählst, ich habe 2 Kanäle. Du hast 10.000, Alter. Nein. Du hast jemand vor einem Monat geschrieben, wann geht Minecraft endlich weiter? Ne, nicht nur vor einem Monat, alle zwei bekackten Tage schreibt der, äh, warte. Kriegt der? Warte, 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 warte. Sonnenklar, ne wie heißt der, warte, wie heißen der? SonnenklarTV. SonnenklarTV? Nein, nein. Wo ist denn da dran? SonnenklarTV, ah, wie heißt denn der mit der Katze? Hä? Ja, Sonnenlauras... Der mit der Katze? Der Pat? Ne? Sonnenlaura. Ne, das Laura weglassen, aber es gibt ja so eine Kinderserie. Lauras... Star. Bären, Alter. Die hatte richtig Drogen. SonnenklarTV. 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 Ja, irgendwie so. Ich krieg's jetzt auch grad ausm Kopf nicht hin. SonnenklarTV. Der hört's aber auf Deutsch. SonnenklarTV. SonnenklarTV. Ah, okay. Aber der ist, der ist nett. Der ist wirklich nett. Der postet viel, aber eigentlich immer nur Minecraft. Wann machst du Minecraft? Wann machst du Minecraft? Und unser Server? Der geht einfach nicht weiter. Würde ich nicht so nervig, wenn er's nicht unter anderen Projekten wäre, weißt du? Ja, das ist immer so ärgerlich, ne? Das, das find ich richtig... Ja, er postet jetzt unter Minecraft, dann kommt Minecraft wieder. Nein, er postet das unter Counter-Strike, er postet das unter Grid, er postet das unter Dota, er postet das, egal unter was, unter Mario. Ja, ist auch wichtig. Ja, es ist ihm sehr wichtig. Ja, und neuer Minecraft-Part. Wann kommt Minecraft? Okay, jetzt eben. Aber ich wollte mich bald mal ran setzen und den Server neu aufsetzen, damit... Du willst alles nochmal von vorne machen? Nein, nein, nein. Die Map bleibt gespeichert, aber der Server funktioniert einfach gar nicht mehr, weil's irgendwelche bekackten Updates überall gab, dann waren die Plugins nicht mehr aktuell. Tabern ist da oben. Ne, ich weiß. Plugins. Plugins, dann krieg ich ja Plugins. Ja, du hättest gern Plugins. Ja, wann geht's denn hier los? Wenn Ümit da ist und wenn Felix da ist. Ja, Ümit muss zuerst da sein. Ja, Ümit... Ümit halt. Ja, keine Sorge, ne? Das hier geht sowieso auch alles zu YouTube. Nimmst das jetzt auch auf? Er nimmt alles auf. Alter, immer diese YouTube-geilen Säule, ey. Ne, das ist einfach nur so. Weißt du, es würde mich nicht wundern, wenn du auch beim Kacken sitzt und dann... Ja, genau. Lass mal aufnehmen. Da gab's doch mal ein Video von mir. Beim Duschen habe ich mich doch gefilmt. Ja. Oh Gott, Digga. Ernsthaft? Er muss echt alles aufnehmen, Digga. Ja. Jetzt wie ich wieder häftlich einen abseile oder... Ja, auf YouPorn. Auf YouPorn ist auch ganz berühmt, ey. Ja. Mit seinen Nägel-Pornos und... Selbst da ist der YouTube-User da und fragt nach Minecraft-Videos. Bei YouPorn. Bei Porno und so, danke Minecraft. Ne, es gibt doch diesen einen Porno, wo dieser Typ echt meine Stimme hat. Ja, genau. Der ging da auch ganz krass rum. Ähm. Mich hat mal einer angeschrieben über YouTube und fragte, ob ich Pornos drehe. Da meinte ich, was? Und dann kriegte ich diesen Link so in der PN und du... Hast du dich draufgedrückt? Ja, natürlich. Der geht acht Minuten, geht dieser Porno. Und in der letzten Minute sieht man, Gott sei Dank, den Kerl. Weil dieser Typ hat original meine Stimme. Und in der allerletzten Minute sieht man den und dann weiß man, Gott sei Dank, dass ich es nicht bin. Das musst du beweisen, Digga. Was? Den... Na, warte. Ich muss es rausholen. Ja, ich wollte gerade sagen, das kann ja jeder erzählen hier. So. Das war X-Hamster. Das weiß ich noch, aber ich weiß nicht. X-Hamster. Oh, oh, oh. Nakedai Seite. Die Wahlwerbung. Oh, er trifft mich jetzt. Ich wohne zwei Kilometer entfernt von mir. Das ist mir zu lang, Alter. Zwei Kilometer laufen. Heftig. Die kann ja zu dir laufen, Digga. So. Genau, komm du noch zu mir, Alter. Kara Kam hieß der, Alter, glaube ich. Was willst du eigentlich von mir? Kara Kam? Ja, ja, ja. Das konnte ich mir merken. Das war ein guter Titel, aber findet man nicht. Ja, ja. Guter Name, wa? Kennt man. Oh, hier sind überall nur Schwänze. Ich sehe es nicht. Oh, hier lutscht ein Typenschwanz. Auch nicht gut. Alter. Hier sind überall nur Schwänze für Hilfe. Gleich, weißt du, gleich kommt eine Frau rein und sieht, wie sie hier schon schwule Dinger da anklotzt. Aber ist ja in Ordnung. Ähm, verdammt. Ich glaube, das Video existiert. Kommt Fabian nicht? Ich weiß nicht. Der war hier drin. Hab ihn angestopst und so. Dann hab ich ihn aus dem Channel gekriegt. Hausmädchen? Irgendwie sowas? Hausmädchen? Was ist Hausmädchen? Ähm... Hey, jetzt such mir Pornotitel, Läuft. Ich suche es gerade. Ja. Ja, ich weiß. Ich dachte, du hast eine PM bekommen, Digga. Warum? Ja, die habe ich schon lange nicht mehr. Aber das Video... Hast du gelöscht? Ja, natürlich. Laufzübel, Alter. Wieso löscht du Pornolinks, Alter? Ja. Ich auch nicht. Du musst mir doch aufbewahren. Nein. Alter, wo ist das? Genau für diesen Moment, wo du es beweisen musst. Genau. Ich suche es. Ich suche es. Ich werde es finden. Oh, Mann. Hier ist ein Typ, der sich selber in die Presse wichst. Oh. Weiter. Mhm. Es ist auch schön, dass du uns alles erzählst. Kann man machen, ne? Teilhaben. Ja. Ja. Es ist schön, wie er sich gefilmt hat. Er hat irgendwie an seinen Füßen die Kamera. Hält ihr die mit den Füßen fest? Wer kennt das nicht? Wie hieß denn das Scheiß-Video? Weißt du denn auch die Story? Ja, es war ein Hausmädchen, was zuhause halt arbeiten musste. Ne, echt? Hast du die Waschmaschine kaputt gemacht? Ja, es war irgendwas mit der Waschmaschine, das stimmt schon. Und dann kommt der Typ. Ja, wir können uns auch anders einig werden. Und dann, ne? Fiki-fiki-bum-bum. Und dann hörst du halt die ganze Zeit, wie ihr mit dir redet. Wir können uns auch anders einig werden. Aber ich find's nicht. Okay. Okay. Wah. Hier sind nur Typen, die Knallharten in die Fresse gewichst kriegen, weil die alte Cara Cam heißt. Ah, Mann. Und deswegen kriegt der Kerl das? Weiß ich auch nicht, warum. Nein, einfach weil ich Cam eingetippt habe. Weil unter Cara Cam find ich nur drei Videos auf der Scheißseite. Warte mal, vielleicht direkt über den Scheiß mal aus. Fiki-fiki-bum-bum.com Das war irgendwie von dieser alten direkt. Aber wie es aussieht, gibt's die alte gar nicht mehr bei X-Hamster. Wie ist es das Video? Warte. Kann man jetzt nicht. Warte noch. Warte noch. Ja, und dann sagt's auch noch, da sind so Flecken und so und bla. Und wir können uns da anders einig werden. Und der hat echt original meine Stimme. Und dann sieht man in seinem Gesicht und sieht... Mich Gott sei Dank nicht. Und das hat mich dann entlastet. Schon alleine hat er sich nur den Anfang angeguckt und dir sofort geschrieben? Oder was ist mit ihm? Ja, ich find's sowieso voll hart, dass mir jemand schreibt und sagt hier, äh... Guck mal, ich hab ein Video gefunden, da ist jemand mit deiner Stimme. Ey, würde ich doch nicht zugeben. Idioten. Ja, natürlich. Aber vielleicht wächst er sich auch zu meinen normalen YouTube-Videos was. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie der Typ ist, der mir das geschrieben hat. Ja, genau der. Ja, genau der. Ja, genau der. Ja, den kenn ich. Der schreibt mir immer. Was ist mit Alex? Warum macht er keine Minecraft-Videos? Meine Wichs-Vorlagen gehen langsam aus. Ja, ist schon ein kranker Typ, ey. Läuft auf jeden Fall. Du musst ihn auch immer aus deinen alten Parts, äh, neue Parts zusammenschneiden irgendwie, damit der Ruhr geht. Oh, das wär auch mal witzig. Einfach aus meinen ganzen Videos, die ich habe, neue Videos zusammenschneiden. Und einfach als neues Video bekommen. Willkommen zu Dota. Der muss ja immer zwichten und zusammenschneiden, wa? 15. Dann stimmt zwar überhaupt nicht die Betonung, aber ist voll egal. Double Kill. Felix! Felix ist Matt. Ja. Kann ich so bestätigen. Wie lange dauert's denn noch? Da musst du Felix fragen. Ich bin da übrigens, aber egal. War aber auch kein Müll, der, gell? Genau. Du hast noch einen ausstehend. Ja, Fabi, aber... Er kommt jetzt gleich, wenn wir ja schon auf dem Server sind. Achso. Ja, genau, wenn wir das Ruhren anheizen. Du, meine Sange. Ihr habt schon angefangen. Euer Eh. Euer Eh. Wir haben in der Zeit Pornos geguckt. Ja, wenn du ihm das sagst, dann geht er weg und weint. So wie imid. Hä, ne? Hä, ne? Hä, ne? Wieso, ich? Ich hab mitgeguckt. Dienstmädchen benutzt, ey. Ja, aber das gab's nicht mehr bei X-Hamster. Ich hatte damals über X-Hamster den Link, das weiß ich noch. Ja, das war auch X-Hamsters Video. War auch eingebettet. Ja, ja, das war aber geklaut, weil der Sound und alles, das war voll schlecht. Also es war wahrscheinlich mit Bandicam oder mit, wie heißt es denn, Camtasia selber abgefilmt. Ja, und dann so mit so einem richtig schlechten Rechner, ne? Ja. So, hi, das ist mein erstes Let's Play in Minecraft. Was? Sein erstes Porno-Let's Play. Heute surfen wir auch. Willkommen bei Minecraft. Heute mach ich ein L. Guckt, wie toll es aussieht und im nächsten Part mach ich ein O. Und dann im dritten Part könnt ihr ja mal raten, welchen Buchstaben ich dann mache. Ein L. Ich will nicht zu viel verraten. Nein, ein T. Lob? Lob. Zimikolon. Zimikolon. Ja, war werden gesucht. Äh. Ja, Mann. Nicht schlecht. Alleine das, das wäre ein mega geiles Let's Play. Ähm. Ich schreibe eure Namen. Yeah. Ja, dann kommt einer. Ein krasser Mega-Ficker 9098. Ja, auch das schreibe ich in Minecraft. Bitte, bitte die Zahl ausschreiben. Natürlich. Natürlich. Ich hab das irgendwie angeguckt und hat's geschafft uns in drei Minuten den Grund und Boden zu reden, wie scheiße wir doch sind. Mhm. Hast du gut gemacht. Also ich hab einfach nur das wiederholt, was du, Ümit und Fabi immer sagst. So weißt du? Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Und dann waren sie auch irgendwie verwirrt. Ja, aber wir waren ja zwei, zwei Minuten im Voraus. Du hast das... Nuuu. Ja, trotzdem. Wir hatten trotzdem keinen Blink-Dagons. Ja, das war die... Hallo, da hat meine Frau gespielt. Ja, da hat meine Frau gespielt. Ja, wirklich. Nee. Ist kein Scherz. Das stimmt. Aber dann... Oh, dem Starper? Ja, er kann nichts anderes spielen. Dann nehm ich keinen Putsch. Oh, ich nehm Putsch. Die Gegner nehmen Putsch, oder? Nimm Putsch. Dann musst du aber nicht mitzuspielen. Äh. Ist mir egal, ob du Putsch nehmen, Alter. Fick mir den Arsch. Bist du Wisch-Doktor? Äh, ne, Dazzle. Okay, aber ich spiele Rubik. Ja, ja. Ähm, ich habe... Also soll ich keinen Wisch-Doktor nehmen, oder wie? Nein, kein Support. Ich habe gelernt, dass man mit Enchantress die Illus von Phantom Lancer kontrollieren kann. Haben wir das? Ja. Also ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt noch so ist. Das kommt ordentlich, nö. Musst du mal gucken, müssen wir mal testen. So, jetzt nochmal mit auf Deutsch. Damals gegen das. Boah. Enchantress hält, Phantom Lancer hält. Die Reh-Bitch. Die Reh-Nutte. Ah, die kenne ich, ja. Ja, ja, die kenne ich. Die Bambi-mäßig durch die Gegend hüpft. Ja, genau. Die, die ist, die... Was kannst du mit der machen? Die Illus von Phantom Lancer kontrollieren. Oh, die haben Techies, Alter. Okay, ich nehm Putsch. Warum? 5 Seconds remaining. Der wird sich 100 pro vercampen. Und zwar da, wo die ganzen Dings... Hat der Bissensfehler. Also, die haben den ich, äh, an Earth genommen. Ich konkurriere. Leute, wir brauchen mehr Carries. Mhm. Ja, hat sich erledigt. So, ähm. Habt ihr schon Wards gekauft? Nö. Kaufe mal Wards und gib mal einen, bitte. Oder soll ich kaufen? Nö. Nö. Ähm. Ist das okay, Sniper, wenn ich mit dich spiele? Ja, dann geh ich irgendwo mit. Wen soll ich dir unterstützen? Safelame. Du musst farmen, ne? Du musst dir unterstützen. Du musst an deiner Stelle auf Flängen gehen. Oder Safelame ist eigentlich besser. Ich glaub Safelame, ne? Mehr Dings. Warte mal, wie war das? Safelame ist da, wo nicht der Wald ist. Du hast Safelame ist da, wo der Wald ist, richtig? Ja, dann musst du hochgehen. Alex. Dann geh ich wenigstens hier zur Rune. Ja, ich würd aufpassen, ne? Die Spasse. Aber der hat ja Sniper, also... Ich kann ja weit gucken. Ich spiele auf jeden Fall auf Distanz, sagen wir so. Ah, hier ist Fliegel. Die werden sehr wahrscheinlich auf den Runen so ein Dings legen. Also, wenn das schon geht, ich weiß nicht, ob welches Level das geht. Oh, da kommen schon zwei. Wir brauchen auf jeden Fall Sentries. Ich kann abhauen. Alex. Ja, bringt nichts, da sind noch zwei. Ja, aber Rubik steht doch da auch. Time for time and practice. Wow. Winterweiler hat ja richtig schnelles, äh... Raction and election. Jetzt muss Patsch noch helfen. Richtig schnelles HD hat Winterweiler. Patsch? Funktion nicht, glaub ich auch. Ümit hock mich raus. Kann nicht hoffen. Das schmeißt doch, Ümit hockt doch nie. Äh, es kriegt nie Hook als erstes. Okay. Danke fürs Blocken. Oh, schade. Läuft da was? Felix. Boah, was machen die für Schaden? Oh, boah. Bin tot. Alter, was haben die für Schaden gemacht? Boah. Siehste? Alex, bist nicht gefrustet. Läuft. Ich seh das. Okay, direkt 2-0. Warte, ich hab richtig fette First Blood-Tendents in der letzten... Äh, wie der HSV hier. Wie der HSV. Wie der HSV. Richtig scheiße. Ja, ja, doch, doch. Das fand ich ja auch ganz toll. Muss ich ja mal sagen. Ja, da fühlt man sich als HSV-Fan, fühlt man sich da wirklich mal wieder wie ein Sieger. Wenn er da jetzt reingeht, dann lacht ihm so hart aus, ne? Ja, bei uns im Sideshop hat der Dings gelegt. Ich hab grad 20 mal versucht Leute auf die Klippe zu werfen. 2-3 mal. Richtig verkackt. Ja, ich bin hier alleine rum, was soll'n das? Ja, ich bin leider sehr langsam. Hier, hier ist einer, ne? Ja. Können wir holen, hol den. So. Goll. Ich kann dieses Spiel nicht erst mit dem Berg. Jeder fang. Da bin ich ja echt mal froh, dass ich hier nicht als erstes draufgehe. Echt. Ja, ist ja schön, ne? Ich bin auch immer angespannt. Voll wenn ich das für dich übernehme. Ich bin auch immer angespannt. Freut mich auch immer. Aber dann, wenn ich mit Felix spiele, weiß ich, der ist eh gleich als erstes tot. Der ist eh gleich. Ja. Dann muss dir die Blöße nicht geben, weißt du. Gut, dafür bin ich dabei. Ich bin dabei. Ich bin dabei. Ich bin dabei. Nein. Ich brauche hier einen sentry. Sollte ich ihn kaufen? Ich habe leider keine. Ich habe leider keinen. Irgendwo. Oh, diese bekackte Donnerkuppel. Ja, ich weiß nicht, wie das scheiß Ding heißt, diese Rakete da von dem Fliegewix. Fliegewix. Donnerkuppel. Sag Bescheid, wenn irgendwo fehlt, ne? Ja, Topp ist wahrscheinlich zurückgegangen. Ja, Techies fehlt immer. Also nicht zu den Ruhnen gehen, Ruhnen sind erstmal Tabu und Tabu. Tabuu. Tabuuu. Tabuuu. Boah nee, Techies ist hier. Ja. 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 Nehmen wir den Kurier, Cypher. Oh, fuck. Hä? Das war doch unser. Boah was macht der denn für schaden, ey? Abnormal. 191 bin ich der Milchdorf, alter. Weil's dunkel ist. Weil's dunkel ist. So. Wer, wer macht mehr schaden, wenn's dann? So. Night Stalker. Ja, das liegt am Namen, ne? Day Walker, Night Stalker, oder? Ja, dann läuft Urgo durch die ganze Zeit. Oder Day Stalker, Night Walker, oder? Ich heiße Night Stalker. Dann würde wohl nicht Day Stalker sagen. Sam, paar hast ne Kurier genommen. Was? Ja, hatte ich gerade. Bin schon fertig. Warte. Geh mit laut, attackiert. Du musst aber auch Alex sagen. Oh scheiße, oh scheiße, oh scheiße. So gut wie tot, ich hab nichts mehr. Ich hab keinen Mana, ich versuch' den zu blocken. Soviel dazu. Soviel dazu. Er hat versucht. Der kann ich nicht. Keine Sorge, wir gewinnen noch. Imid? Ja. Weißt du das jetzt rum? Wie geht's denn nur? Ganz gut. 0-2, naja. Na. Dass auch wie ein Sieg für ein Hass war. Ja, mit dem Hals Schaubbauerbänger. Hey, ich bin selber als Vorfeld. Ah, man braucht ein bisschen mehr. Geil Humor. Ah, irgendein Humor. Auf den Bürokoppen. Oh Gott. Fisch hier als Wack. Ja, ich will mal Sentries. Quillent. Wohl. Hat der. Oh nicht. Hau darauf, hau drauf. Mach ich... Ich hau drauf. Nice. Jetzt können wir ein bisschen mehr Glück haben. Ok, Yurti. Was ist Yurti? Ja. Und die brauche ich manchmal auch einfach nur, um mir die Gegner vom A-Stern zu halten. Einfach gleich schon mal Free Fire rein. Alles zu machen, oder? Ich bin nicht bereit! Oh, okay, ich bin nicht bereit. Hast du... ...flown oder irgendwas? Oh fuck 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 fuck! Ja, das sind seine Schuhe in Gumbel-Raketen. Wir haben es in mir. Oh, knapp! Ja, das ist halt, der Schießteil auf die Videonare, der Einzige ist, der da ist. Danke, dass du gesagt hast, dass es top fehlt. Hä, top fehlte keiner gerade. Den haben wir gekillt. Wobei kommt ein Warcraft? Von der Toplaner, der hat gerade gekillt. Und der kam von hier. Ja, soll ich dir sagen, dass U-Spawn, die lange laufen. Hehehehe, mal doch nochmal bitte einen Penis auf die Karte. Was? Oh nein, die kommen beide zu mir, ich bin im Arsch. Was ist ein Multicast? Dein Ulti. Wenn ihr ein Spell macht, hat ihr eine bestimmte Chance für den Spell nicht nur einmal gekastet. Es ist nicht mehr dunkel, oder? Oh, das ist ja, oh, wir haben keine Wards. Das ist halt gefuckt. Auch ein Wards. Ja, ich habe schon welche gekauft. Aber nicht gesetzt, also ist das unnötig. Ja. Ja. Leider komme ich hier nicht so weg wie du, der die ganze Zeit stirbt. Tja, weil keine Wards gesetzt sind. Ich konnte ja nicht sehen, dass dort jemand läuft. Ja, genau. Du bist auch schon am Anfang gestorben, wo wir Wards hatten, mein Freund. Ja, das war, weil ich dir allen Dings helfen wollte. Mhm. Felix, wie ich wissen konnte, dass sie so viel Damage machen. Wie meh? Target Practice K.I.N.A.F. Profi-Tipp, skille niemals dein Rott vor den Brauch. Koffi hat mir was anderes gesagt. Ja, und? Hä? Er ist ja Falsch-Profi. Ja. Ja. Hä-hä-hä-hä-hä-hä. Oh ho. Aha. Alles so ulten? Ulten einfach. Ultimax. Ja. Du musst ihn noch nicht anschießen dafür. Der hat zu viel, viel, ähm, HP. Aufpassen. Mhm. Ich habe die schwule Rakete geflopft. Hä? ist noch hier bekommen den tower kriegen wir doch jetzt glaubt schon ich muss ich habe eine helix aber wir haben ein wort stimmen musst du die worten habe ich leider kein geld zu die verfolgen ich bin so im arsch kann ich die einfach rauswerfen nicht mehr kannst du bleiben auf ihnen ja bleiben sie Jemand Mana Boots oder sowas? Ja ja, Winterweiden Hat er gerade aktiviert? Was? Ja, hat er gerade aktiviert Hat er? Ja, ich wollte gerade... Musst du auch ansagen, weißt du? Der weiß ja nicht, ob du Mana brauchst Kommt einer wieder mit hoch? Mhm Alleine bin ich nämlich ganz schön gefickt Ja, ich versuche jetzt hier unten nur den Tower zu holen So wie Cara Cara, komm Hast die Waschmaschine kaputt gemacht Ja Ich kann mich jetzt schon verpissen, ne? Wenn der Ansatz zum losfliegen kann ich mich verpissen Alter Aufpassen im Wald, ne? Nein, fahr auf Nee Ich weiß auch nicht, wie die mich überfinden Ich laufe unten rum, finden mich einfach Alter, der ist so schnell Boah Yes The silence, aber aufs übelste Ah Fuck this member Jawoll, der ist tot, Alter Was? Nein, er lebt noch Er lebt ja auch weniger HP in der Nacht Nein Nein Da ist aber gerade richtig viel HP verloren durch eine Tower Und dann auf einmal nicht mehr, oder was? Nö, nö Die Nerven so extrem, ne? Mhm Ja Hier unten kommt der Ogre wieder Hallo, wer auch immer Yes Hier ist der Ogre Mecker Ich komme Dr. Kart Minecraft, Minecraft Wievielte Minute ist das? Dreizehnte Warum? Weil ich sowieso weg So Bis dann Bis dann Ich muss weg Ich muss weg Ich muss weg Jetzt Ich kriege ich noch Super Da kommt Veva, Achtung Der wird von da kommen Das ist Veva Wer fällt sich denn da eine komplette Konflexpackung rein? Der ist imid Der ist imid Da musst du dich kommen, oder? Sehr schön Da kommt noch einer Ne Nimm mal den Tango Sniper Da kommt eigentlich noch um mich zu dir Diese grüne Bohne da Achso, die hast du da ja Ich hab keine Mana Ich renne weg Tschüss Bin ziemlich useless gerade So wie Felix im Pen & Paper Halt's Maul, Alter Halt's Maul, du kleine Notte, Alter Ja, die sind zu zweit hier Ich kann nichts machen, ich würde mir glauben Nee, du kannst nichts machen, du stehst einfach rum Okay Ja, ich kann nichts machen Wenn ich jetzt sterbe, dann wein ich Du weinst doch Du weinst doch Du weinst doch Ja, hier sind die zu dritt da Nightstalker ist auch noch angekommen zur Party Oh, die laufen, die gehen weg Die kommen hoch Ja, die kommen hoch, Achtung Jan Los zurück Ich würd sagen, wir werden weg Ja, Hardback Ich würd sagen, unser Kurier wird gefickt Leute, unser Kurier Ach, das ist alles Ja, ich sehs Wer schickt ihn denn zu? Ich hab den Ja, blöd Ah, geil Weiß nicht, wer den da hoch geschickt hat Mann, fuck Ja, Winterweite um Help, please Winterweiten ist keiner von uns Night Stalker kommt runter. Night Stalker kommt auf was wir feiern. Einer von uns wird überleben. Oder beide. Ja kritisch, ich hab nur einmal Mana für Grave. Ja. Wenn du hättest du cool dann aufgehilft. Wahrscheinlich. Ja, mir hören immer noch. Okay, der dürfte ich nichts kaputt sein. Sentry? Der ist ein Blinkdagger. Aber der kommt schon wieder von hinten. Und jemand da, der mir helfen kann. Sicher ist schütten. Mein Sparta guckt mich. Jop, jop, jop. Okay, diese Spinne ist unten. Ja. Der wird hundertpro nicht alleine sein. Was? Kannst du mal Top kommen? Ja. Of course. Was? Der wird irgendwo Dings sein. Aha. Was hast du gesagt? Die Wut sind mal grün einstellen, ja. Wut sind mal grün. Und dann kaufst du dir direkt. Geh mir kurz mein Dings abholen. Reiß. Wow. Jan, was machst du? Nein. Guck mich. Ich bin oben an der Base. Ja, da kommen wir nicht mehr hin. Da kommen wir so schnell nicht mehr hin. Ich bin tot. Finder. Hinter euch. Oh, fuck, 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 fuck. Double Damage? Ja. Yes. Oh, komm schon. Nein, lass mich in Ruhe. Blutschwänze in der Hölle. Also alleine gehe ich nicht um. In der Hölle gibt's keine Schwänze. Oh, doch. In der schwulenfeindlichen Hölle. Weißt du, wo die ganzen Leute hinkommen, die auf Homos rummeckern? Da gibt's Schwänze und die müssen die ganze Zeit Schwänze lutschen. Klingt ja voll nett, ey. Ja, das ist richtig krass. Deswegen hab ich nichts gegen Schwule. Hätten wir hier irgendwo einen Wards haben? Einen Server? Fack Rubik. Meint ihr das ist deine Ille oder sowas? Ne, ne? Nein, das ist ja echt nicht. Ja, hättest du Laien genau? Hättest du Mana? Nein, das ist ja nicht. Ümit? Ich bin bei mir. Ja. Oh, won't you? Ümit with me. Heeeeee. Schade. Ich hab meinen Hook länger vorgestellt. Los, Rakete! Au, heeeeee. Heeeeeee. Sniphan! Heeehe! Heeehe, heeha hee! Juuungs! Hä, wieso finde ich immer noch AP? Weil, du bist hier nicht dein Lebenspunkt nicht, also. Es ist wärde nur, dass du stirbst. Ich werde mir wirklich sterben. Komm schon, noch ein Stück schneller! Alter, Zeus Ultimate! Warum sagt er, dass sie nie wieder spielen? Naja, er geht hier hin, heilt sich direkt. Obwohl er wenig AP hat und er mit demnächst so oder so tot ist. Anstatt weiter wegzulaufen, wäre dies eine Option. Oh, 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 back, 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 back! Ja, ich bin, er verkriegst los. Ich hab kein Grade. Alter, bin ich im Arsch, bin so im Arsch! Fuck! Ist noch tot, ne? Ja. Hey, was ist denn das für ein hässliches Vieh? Ameisenbär? M.C. Night Stalker. M.C.? Ja, er ist ein M.C. Oh, er ist echt krass! Wir sollen ihn nicht damieren. Können wir uns mal zurückhalten, dass er nicht damiert wird? S.A.B. Wir verstehen nicht, was er will, der Typ. Wer denn? Ja, hier, der, der den Rachen da spielt bei uns. Winterweiven. 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 Weivenwirren ist das, Alter. Weivenwirren, ist das, Alter. Jaaaaaaaaa. Jaja, ich rette dich. Ja, das war relativ unnötig. Naja, der wird ja jetzt wohl mal down sein. Erstmal die Dinger wegknoppen, Alter. Next up, dein Lift. Den krieg ich nicht. Was soll das? Nein! Was dreht ihr mich an, die Foto-Punker? Der Trolldinger. Sehr nice, sehr nice. Hier schön geschlachtet. Du hast ihm sein komisches Batman-Outfit weggefetzt. Schön geschlachtet. Ja. Heute unser Bottom Tower wird gepusht. Ja, wir müssen nach rechts. Die Strukturen sind fortified. Die Strukturen ist unter attack. Ich hab Dreckich noch gar nicht gesehen. Da liegt ne Rack, auffassen, vielleicht liegt da irgendwas. Ja, auffassen. Ja, ich nehm sie auch nicht. Ich trau mich nicht. Alle haben eins. Ich komm sofort. Ich hab Eier, Jungs. Hast du Eier? Pack ihn dir, pack ihn dir ab. Oh, sorry. Hab ich da Eier? Hab ich, hab ich geklaut. Ne, das ist nicht schlimm. Das gehört sich so. Achtung, ich hab jetzt, Achtung, ich habe jetzt Eier. Er hat jetzt Eier, Leute. Und vielleicht müssen wir nachher auch ne Rubik spielen. Oh, voll nix. Oh, Dig. Er hat es sich getraut, Alter. Dat Eier, Alter. Dat Eier. Dat Eier is real, Alter. Oh, ja. Das Eier is real, Alter. Oh, ja. Das Eier is real. 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 Dig, big, dig. Digge, big. Digge, big. Digge, big. Ja. Siehste? Alex, ist doch gar nicht so schlimm. Was? Ist doch auch nicht schlimm. Ich mach doch hier alles. Nein. Weil sonst fällt schon immer, ich spiel nur mit Leuten, die Level 7 sind. Hier kam gerade jemand hoch. Das Gyro. Alter, wir da uns. Wir da uns, Jungs. Ja, 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 Jungs. Mach Selbstmord. Ja. Verstehe ich zwar nicht warum, aber den kriege ich noch. Nein, ich muss lauf, ich muss lauf. Nein, was? Bitte fließ, Leute. Fließ. Oh, what the heck? Verreck. Oh, damn. Oh, schein. Oh, dick, ich war da. Aufpassen, nicht durchlaufen. Der macht ja nichts. Nein, nicht hoch. Der hat da solcher was gesetzt. Nicht. Okay, doch. Der ist ganz so hoch. Da hast du noch Energie für mich. Stehst weg. Ich hab no energy. Jetzt. Give you energy. Wow. Ich hab keinen Mana mehr. Geh da nicht hin. Und jetzt einfach den Tower her. Ich brauche gleich Mana. Ich ziehe gleich weg. Ich Mana hab. Unser Kurier, ne? Den brauch ich. Den brauch ich. Unbedingt. Alter, du lebst gefährlich, mein Freund. Du lebst richtig. Das bleibt so. Deathluck. Nice Winter. Was ist denn so nice? Okay. Er hatte hier vorne ein Dienst gesetzt. Der ist da reingelaufen. Und dann hat der vorne eine Explosion gemacht. Der hat ganz gut geschafft. Wenn ich dafür überlebt. Okay. Alles klärchen für Pärchen. Hilfe, 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 Hilfe. Ja, ja nicht. Ich bin hier. Ich komm ganz langsam an. Ich bin hoch. 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 Kann ich nicht. Keine Einrufe. Maximal. So schwach auf der Brust, oder was? Hatsch! Imid! Mach was anders. Imid! Pack ihn hier. Stink ihn voll. Hinter euch. Nein! Requi has got him, Pache. Wo ist es? Da ist es. Sehr gut. Schicht. Weißt du? Ja läuft auch. Läuft auch. Der Support. Er so. Ich rette dich. Ich kann zwar nicht so viel. Aber ich rette dich. Und imitier. Ich drehe dich im Kreis. Ich drehe dich im Kreis. Was soll ich tun? 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 Eine Stunde später hat er einfach so ein Loch im Boden. Was soll ich tun? Was soll ich tun? Rubik so keine Karteaktion. Wieder unten lang, oder was? Reite dich, Jungs. Jungs! Ja, Ewig! Ich komme Ewig! Ich komme Ewig! Ich komme Ewig! Ich drück auch noch ein bisschen drauf, okay? Ewig! Ewig! Ich drück nochmal drauf. Erstmal nicht tot. Ich drück nochmal drauf. Jetzt mach mal dein Rot aus, Alter. Jetzt stirbst du. Yes! Assi, Alter. Richtig asozialer. Da kommt aber schon wieder was oben im Wald. Da oben, von oben, von oben. Ich hab mal drauf gedrückt. Was ist bei dir? Ich warte mal hier vorne. Wer ist denn Grün? Ich bin Grün. Reif. Guck mal, ich sehe mich auf die Senken voll so. Ich bin so voll weg, ey. Höhöhöö. Mohl Ölmähd. Ich wünsch dich wir auskauen. Champagner in your body to love. What the heck? What the heck? Nee krieg ich, fick dich. Oh, motherfucker. Komm her Rubik. Oben, oben. Your bottom tower has fallen. Yes, your middle tower has fallen. Your middle tower has fallen. Soll ich euch das zeigen? Ich hab den Wühl geklaut. Oh, der hat Double Damage. Wäre ich weiter gelaufen hätte ich das bekommen. Auffassen, ich hab sonst Sentries dabei. Rechts, rechts, rechts von dir. Wo ist er? Ja. Ja. Waaaaaah! Wien Meter aufzuschreien, bitte. Hilfe! Ich muss drei Sekunden überleben! Drei Sekunde! Es ist weg! Oh! Es ist weg! Aufpassen, ne? Rechts, links, links! Links, links, links! Ah! Oh, hätt' ich lieber Württ' ich doch noch mit. Der wär voll cool gewesen. Ah, scheiße! Ah, leih du schaffst das! Was stimmt mit dem Support hier nicht? Hahahaha! Welcher Support? Weißt du, Alex hatte Grave, weißt du, und er bleibt einfach stehen. Lauf mal, ich bin weg gelaufen! 5 Sekunden! Um 5 Sekunden unsterblich! Ihr kriegt mich gar nicht! Ihr kriegt mich gar nicht! In der Zeit hätte ich die alle töten können! Ne, ne, noch nicht aktivieren, noch nicht aktivieren! Ah, 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 ah! Beziehungsweise... Ihr mittlere Tower ist unter Attack! Wir gehen da rein. Ja, denke ich auch. Wir sind nicht all zu schnell, können wir da rein? Ja, wollen wir die von hinten uns da holen? Ich muss die von hinten ficken, mich. Ja, richtig, schau! Kommt ihr! I know what to do! Guck jetzt, guck jetzt! Ja, du mein Tod! Ja, klasse! Nein, er guckt da gar nicht rein! Nein! Mimi? Es ist dunkel! Nein! 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 Imid! Imid, huck ihn! Huck den Nightstalker! Oh, das war der falsche! Huck sie trotzdem! Huck sie alle! Los, Imid! Imid! 3000 Imid Punkte! 3000 Imid und sie drehen sich im Kreis! Komm drunter! Suroshan! Dann machen wir ihn fertig! Your top tower is under attack! Ja, hier, 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 hier! Ohhhh! Nein, Alex! Nein! Vergiss es! Vergiss es! Ja? Ich kenne dich! Machen wir Roshan! Ja, los! Mach mal! Ich mach mal Wards hier! Wards Action! Komm! Ah, er hat das auf mich abgesehen! Uah! 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 Was machst du denn? Da fickst du Roshan da? Oder was machst du? Uh! Hier ist Techies! Und er macht irgendeine Scheiße! Ja, lass dich bleiben! Der kann die Teile dann auch werfen, oder ne? Oh! Oh, Shit! Oh! Die kommen! Oh! Ach komm, Mitte! I know you need me! Geile Mann, Aktion! Geile Mann! Get Strecked! Get Strecked! Yes! Your bottom tower is under attack! Hier ist noch einer! Das... Oh, zwei! Wir brauchen Gästen! Warte! 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 Ja, nein! Ja, nein! Ja, nein! Hä? Echt keine Pulszene! Digga, ich wollte auch mal Eier haben! Jungs, komm, Mitte! Junko, komm, wir nicht! Dann! Ficken wir sie nicht! Dann! Ficken wir sie nicht! Ey, ich bin froh! Ja, super! Danke für dein super Hochgebet! Ey! Da kann ich jetzt nichts für, ja? Ich hab nicht gehalten! Ich hab noch nice gesagt! Wir haben vier gegen eins gefällt! Achso, ich hab nichts verstanden, ey! Das ist doch super! Ich wollte nicht, dass du stirbst! Ich hab nice gesagt! Nein, oh! Imit hätte sterben sollen! Hört dich schnausten, Junge! Ich hab Blink reingemacht, und das... Blinkcall hab ich gemacht! Imit hätte sterben sollen! Blinkcall, Imit! Hab ich schon mit Puttra. Call Blink! Stattung ist auf der Fall Ende Blink will be calling Üblich Blink, Blink hoch! Nein, Üblich, was machst du denn? Üblich, was hast du getan? Man weiß es nicht! Unsichtbare Fotzen hinter uns! Ach komm, den Tower kriegen wir noch schnell. Na! Ja, den mag ich nicht. Er hat auch Eier, ne? Nein! Nein! Zerstör mal das Ding, aber halt mal Abstand davon! Oh, fast! Digga, ich würd ein bisschen aufpassen, Digga, Digga. Digga, Digga, okay, Digga. Wer ist grad gestorben? Ich. Du geiler Typ, Alter. Ich lauf hier unten durch die Minen, sterb nicht und dann sag ich Zurück zum Welsen auf der Lübe, durch die Minen. Geiler Typ, ich hab keine Ahnung. Stopp! Stopp! Ich könnte jetzt stehen bleiben und warten, bis mein Blink, Digga, wieder bereit ist. Aber nein, ich lauf einfach noch mal. Weißt du, ich kann Winterweiben mal reagieren. Ach ne, kann gar nicht sehen. Ist schon gut? Ümit! Ja? Ümit, baust du ein, äh... Pass auf, Night Stalker. Äh, äh, Age of Empires baue ich. Okay. Ein, 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 Alex. Ja? Äh, Game of Trueside. Wenn er dich... Nice! Ümit! Hup! 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 Ich musste drei Sekunden warten. Ja, was drei Sekunden warten, Digga? Das ist echt, ohne Scheiß, drei Sekunden haben wir nicht! Die Zeit ist so knapp. Das ist Krieg hier, Jungs! Uh, 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 uh... Der musste totalita spielen. Oh, da ist, da ist Zackies. Hup! Ha! 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 Ah! Hup! Ich hab keine Ahnung. Ich hab nur noch für Grave bereit, sonst nichts mehr. Oh, Ernsthaft? Was ist los, Alex? Der läuft bei mir. Ja, der ist Sniper. Der steilt nur! Rastet aus irgendwie, drastet. Oh ja, es tut mir leid, ihr Nutten. Nur haben Klauen, Alter. Wir lassen den jetzt sterben. Einen krieg ich noch. Das war meiner. Das war nicht deiner. Doch, einen hab ich, einen hab ich. Den hab ich mir fair geklaut, den hab ich mir fair geklaut. Den hab ich mir fair geklaut, echt? Hier, die Krieg sind mit dir. Oh, Night Stalker, Night Stalker, Night Walker. Das ist Day Walker, Alter. Mir auch egal, Alter. Der läuft am Tag. Was, Day Walker? Das sind doch Rotlarige, die in der Sonne laufen, oder nicht? Late ist der Day Walker. Kannst du hier noch mal eine Kuh machen? Ja. Oh, ich hab ihn gehitzt, Alter. Warte, der macht jetzt das Spiel, guck! Oh, oh, Unsichtbarkeit ist tot. Oh, my God. Was willst du haben? Ja, gegen unsichtbare Fucker. Halt die Schnauze. Halt die Schnauze. Halt die Schnauze. Halt die Schnauze. Ja, Tumi. Ja. Tumi. Okay, ich bring ihn auch mal Tumi. Tumi. Doch, Ivin. Ich zuerst. Ich zuerst. Ich zuerst. Ich muss das leider. Digga, ich hab Force-Kraft gebaut, wir haben jetzt gewonnen, Leute. Jumir, du bist es nicht wert. Achso, der muss auch zurück. Achso, ich glaub der kommt direkt zu uns. Ich dachte, der hat ja den Sack tun. Das ist schon Kerl. Nein. Das wär so schön gewesen. Äh, doch, das dachte ich. Ist okay. Ist okay. Kommt ihr? Welche Pflegestufe habt ihr eigentlich alles noch? Äh, Pflegestufe 6. Weiß man nicht, was es für Pflegestufen gibt, aber ist okay. Ich glaube, es gibt es 3, oder? Ne, 5. 5, okay. 18. Ja, dann hab ich ne Sonderstufe. Ja, du hast Sonderstufe. Das war's aber auch. Why don't say anything? Wow, anything! What? Wow, ey. Wow, ey. Ne, man kann sich nicht ausweichen. Es klingelt, alter. Es klingelt für euch, meine Freunde. Es klingelt für euch. Hilfe! Hilfe! Oh, jetzt! Hey, baby! Was wollt ihr jetzt machen, ihr Bliads? Ich Bliate! Wo sind sie hin? Was wollt ihr machen, ihr Bliate? Hat jemand mal 600 Tacken für mich? Ich habe 800 dabei. Ich hab 400. Ach, den hab ich geklaut. Öhm, Gita. Hier, von der Seite. Hier! Oh mein Gott! Ich muss das hier los, Wermin. Oh, Wick, Emil! Oh mein Gott! Übig, kannst du ihn hooken? Sehr schön, Übig! jetzt habe ich werde gefickt ja und patsch klaut natürlich für den ich 5000 und zentralen Wiesel bestellt gehen da ist doch schon so auf der Fall wollte ich jetzt zwei Tore retten dort auch nicht überraschend wo ein Zeug gibt kein Geld für die so wie bei Julien ich sehe ihn nicht Prozent Ich sehe nichts, denn wir haben keine Arten. Oh, habt ihr es gesehen? Geh zu Hushan, geh zu Hushan. Sehr nice. Geh mich, mach es kaputt, Hushan. Mach ihn kaputt. Mach ihn kaputt. Geh ihn kaputt. Aber Hushan, deine Reaktion ist ein Toastbrot, Alter. Ich bin wieder ihr. Wenn du mit ein Stück Brot wärst, dann wär er ganz normal. Dann hätten wir bessere Chancen, Alter. Niemand kommt damit klar, wenn sie geforsthaft werden. Dann bleiben sie erst mal 10 Sekunden stehen. Was? Hast du mich geforsthaft? Ja. Damit du schnell dabei bist. Aber wie soll ich dann meine Trankier-Boots aktivieren? Die sind doch immer passiv, weißt du? Ich sag mal auf Trankier-Boots. Hast du doch gesagt, Trankier-Boots. Hä? Hast du behindert? Ne. Meine Mutter ist Trankier-Boots, Alter. Tranks-Boots. Ne, sag sowas nicht. Tranks-Boots. Das macht man echt nicht. Lass mal seine Mutter aus dem Spiel. Wisst du, Junge. Deine aus dem Keller, Alter. Lass mal seine Waschmaschine aus dem Spiel. Lass mal seine Waschmaschine aus dem Spiel. Weißt du, ich hab deine Mutter aus dem Keller eingesperrt, damit die Ratten nicht mehr wiederkommen. Das versteh ich nicht. Das war klar. Ist okay, Felix. Muss sich dafür auch nicht schämen oder so. Easy Chat. Geiler Typ. Hinter euch ist übrigens Night Stalker. Und Ogro. Hinter euch. Hinter euch. Hallo? Seid ihr dumm? Ja. Schöner Hobby gewählt. Ja, ich weiß noch. Liebestag. Wie? Ja, ich renne. Ich renne. Ist okay. Möchte ich jetzt retten? Äh, ja Leute. Ich sterbe hier voll. Achso. Lauf. Du schaffst es. Ich glaub an dich. Aber die sind alle da oben. Hab ich doch hier genug Zeit. Gunpowder Justice. Achso. Ümit. 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 Ich wollte grad Helfer kommen. Was stehst du denn da, Mann? Ich bin zurückgekommen. Nein, du standest hier, Digga. Ich bin zurück. Achte mal auf die Karte. Junge. Junge. Achte mal auf die Karte, Digga. Ich komm mal schnell. Ich komm mal schnell. Hübische Reaktion. Ich hab dir. Ümit nein, was soll das? Ich hab dir. Ümit nein, was soll das? Dump. Dump. Ümit. Äh, Arnie, klingst du grad auf? Ja. Bitte mach das den einen besten auf. Guck dir das Replay an und guck dir bitte an, was da passiert ist. Und dann bitte mit dieser Reaktion. Ümit, was soll das? Ich bin doch schon oben in der Base, Mann, wo ist euer scheiß Problem? Ich hab doch schön da die Creeps reingebracht, die Kasernen ist im Arsch, ist alles geil. Ja, ich möchte jetzt endlich mal, dass ihr mir ein Lob aufschreibt. Du wärst richtig gut, danke. Ich schreib dir das auf deinen Arm. So, schreib dir das auf deine Arsch. Jetzt hast du es auch in der Aufnahme, das wollen wir bitte auf dem Thumbnail sehen. Genau. Ich mache keinen extra Thumbnail. Ja, dann hassen wir dich. Dann hast du es auch nicht verdient. Immer diese faulen YouTuber, Alter. Bitte revidier bitte deine Arsch. Boah, läuft bei dir mal vor. Immer diese faulen YouTuber, unglaublich. Ja, ja. So, hab ich gemacht? Nicht. So, was machen wir jetzt? Ich glaube, ist richtig gut. Ja, ist ja gut jetzt. So, mal gucken wir. Okay. Okay. Dieser Nightstalker hat ähm... Oh, oh, oh. Haha. Imid. Okay, nein. Der Nightstalker kommt nicht. Der Nightstalker kommt nicht. Seid mal herkommen. Oh. Ich bin noch da, Mann. Mö, Mann. Ich hab dich geforstet. Der comentär nicht. Mö, Mann. Der hat sich geforstet. Der hat auch vom Thema gar nichts. Der kommt zurück. Der kommt weg, auf was. Tja. Können wir ihn ja machen. Oh, nein. Du hast ihn nicht. Oh. Du hast ihn nicht. Oh. Das geht ja mal gar nicht. Ich hab's falsch berechnet, ich hab die Mathematik, ich hab den Winz vergessen, ich hab den Winz Hier kommt noch einer Geil, das ist vergessen Tut mir leid, auch ich sind mal Irren Sehr schön, ja Dieser Ümit ist wirklich sehr schön, aber er ist nicht Ümit Los, 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 los! Bleib hoch! Oh, Bleib Nein, Alter! Abstauber-boy Wir sterben zusammen, Felix Noch früher, er hätte sich viel früher zenten sollen welcher seine Banken nein Zocker im Start ich komm nicht weg Ümit, wie schlecht du spielst, nicht mal einen stehenden Sniper kannst du hoffen ich wollte nicht Sniper, ich wollte diesen... ja warum denn nicht mich, damit ich wegkomme du hättest ihn gerettet Alter Ümit, sehr schön gemacht Ümit, Full-HP-Rat-Best Du musst weglaufen Beste, beste Aktion ever, Ümit Ring, 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 Banana-Foom Ringt ziemlich bei dir, ne? Ümit, der ringt bei dir Ey, jetzt kannst du doch Deffen, du kleine Pussy, Alter Musst du dich heilen? Ich hab keine Mana Alter Ey, du hättest nicht retten können Ja, du standest da und Ümit hat einfach Eisgleich von ihm gehoben Na, ich wollte einen Night Stalker holen Ja, ja, weißt du? Ja, und der hat noch wenig HP, ich hätt ihn auf jeden Fall bekommen Der hatte wenig, der hatte Full-HP fast, Alter Nee, der hat, nein Natürlich Nein, den hatte ich schon ein bisschen runter, da hat er recht Alter, das war, das war so ein kleines Stückchen, das war nicht mal an der Hälfte Ümit, Ümit, du kannst froh sein, dass du den Hung nicht getroffen hast, sonst wärst du auch gestorben Nee, ich hätt nämlich weggeblinkt Nee Sofort danach Hättest du nicht? Dann hätt ich, 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 dann hätt ich geschlagen, dann wärst du totgeblinkt Der hätt ich, der hätt ich gesilenced, geslowed und wärst du dann weggeblinkt, dann hätt er hinter die Hecke gerannt, weil's dunkel ist Er kann gar nicht wegblinken, wenn der Schaden kriegt Ach ja, stimmt, du kriegst den Schaden da Ich glaub nicht, dass er so schnell genug ist, den ins Hucken und dann im selben Moment Naja, ich, ich dreh dir keinen Blick raus War halt scheiße, aber Sehr schön Das war cool Eigentlich wollte ich Ogre schützen Alter, ich hab das Herz Ich habe Arganems Zepter Boah, du bist jetzt cooler Typ, richtig geiler Typ Ja, ich kann jetzt alle zwei Sekunden Spells klauen, Alter Geil Alter, hör damit auf, Mann I can't stop Clowns Hilfe Jetzt vertaucher ich dich, warte Boah, hast du den Zauber gesehen, Digga? Ach, Alter, der war richtig hart Verpiss dich Nein, ich verfolge dich Alter Dann hast du einen heimischen Verehrer Ja, Mann Ich hab, glaub ich, Zucker irgendwie bei mir an der Kleidung, ne Hier, kriegen wir Nightstalker? Nightstalker, Nightstalker Ja, Jungs, wir packen das Ey, guck mal auf den Fluss Guck mal, wie schön der aussieht Wenn wir beide da langlaufen lassen Hahaha Für mich Du bist viel zu schnell für mich Ah, was hast du für eine Boot Speed? Ja, 429, ich kann gar nicht wegrennen I will follow him I will follow I follow you Deepsea, Bibi Bibi Lass mal Bottom machen, jetzt Okay, okay Wir sind aber top Ja, wir sind top Ja, wir sind top Musst du Bottomfam Ich hab das mal das gleiche gewinnen, ne. Dü Gün Oh, da war auch jemand Hinter mir, hinter mir Nightstalker Hinter mir Nightstalker Leute! 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 Alter, der hat's echt überlebt! Wie viel HP hat denn der? Der ist tot! Nein, der Night Stalker! Der ist tot! Der Night Stalker, 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 der ist tot! Ah, schade! Ich bin tot! Wenn wir das so schönes Tag machen, dann ist das so schönes Tag! Was macht ihr da? Radiant Stalker ist tot! Nein, 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 nein! Und ich sage, wenn ich mich nicht mehr bin, ich werde schneller werden, ich werde zufrieden! Du werde zufrieden! Du bist so mühütig! Ich werde zufrieden! Du muhuhuhutig! Du muhuhutig! Komm, wir machen Bottom! Lass runter zu Bottom, Mann! Jungs, wir haben noch Mega-Creeps! Schön! Wundervoll! Sniper, komm! Ich bin fort, ich kann nicht reden! Jetzt komm, verdammte Scheiße nach vorne! Boah, da ist Sniper! Ich hau schon ab! Hat jemand Energie für mich? Umi, pack Stahls! Umi, du bist fett wie Nichts Gutes! Mach mit! Zu jetzt! Ich hab jeden Fall los! Umi, Umi! Na ja... ... Ushsssss... Komm gleich wieder! Oh nein, jetzt gerade kam sie hinter dir. Horb, horb. Huuu. Ich höre nur Startener Raketen. Hatsch ist tot. Hattest sich ausgepatscht. Warum warst du da? Und Rubik, warum warst du da? Und Jim, warum warst du da? Ich hätte ihn auch saufen. Weil ich grad wiederbelebt wurde, du Hurenkind, alter. warum warst du da wenn alle hier sind ja echt jetzt mal 60 sekunden und alter warum wurde mir der kurier weggenommen der hat noch was von ich das bin weil ich das bin ich kann nicht heilen alter kann doch nicht wahr sein jetzt ist mein ganzes zeug wieder weg ja läuft bei denen kann doch nicht wahr sein nee so eine show ist in deutschland verboten wir machen mit dem kurier was du willst hast du gesagt es ist in deutschland vielleicht hätte ich das wieder jetzt lass dich nicht raus oh fuck 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 heimig alles gut mein freund das finde ich aber mein so jetzt habe ich ich weiß nicht warum ich Black King Bar gekauft hab. Weil du nicht weißt was du kaufen sollst, dann kaufst du immer Black King Bar. Regel Nummer 1 ist Felix Buch. Was war der Scheiß der 300 plus Geld? Der Weinripeer. Aber V-Tricks. Ah, ob ich da noch hinkomme. Was kostet der? 5 oder 6? 6.900 oder sowas. Willst du aber gar nichts bauen, was? Das könnte das Spiel entscheiden. Genau, für die Gegner. Richtig. Wir bringen uns wenig, eigentlich. Alles gut, alles gut, alles gut. Wir brauchen ein Game eigentlich. Ja, wir brauchen hier den Tower. Ja, ich geh da nicht hoch, Alter. Ich schon. Ich brauch da nicht hochgehen. Ja, das ist schön. Ich will da nicht hochgehen. Ah, das war knapp. Wait kurz, mach da nicht hochgehen. Ich werde hierHayne hochgehen. Ich 배le, ich habe hier paradox. Das war's gerade die andere vers interesting. Oh, 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 oh. 7.000 hp. Was, was das nicht ohne? Oh, oh, oh. Dang ja. astreels mach칙. gemid was machst du? go go rakete go go rakete go go rakete danke kein Problem ich weiß dass ich der beste bin gemid gepackt ja 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 oh scheiße mach GG mach GG Jungs kann ich GG machen für den Gegner stolz ich kann das game bilden GG easy locker easy locker easy kniezy würde ich sagen ja auch keiner bekommt was in so'n game hey ich war Digger ich war besser als Rubik außer acid mäßlich acid die Säure war stärker der Night Stalker von dem war ja echt ein bisschen krass hab den noch nie so stark im Spiel gehabt Alex Vendetta ein Stern weil du mir die ganzen Kills geklaut hast naja boah es kriegt sehr viel ich tu was ich kann tu es was du kannst was Kill Clown angeht wie bewerte ich den denn jetzt hier was soll das eigentlich heißen Hille? oder was? oder was? oder was? im game bin ich raus ja ich kann auch kein weiteres warum? weil mein Sohn jetzt wach wird und ich jetzt äh ne den aus dem Kinderzimmer holen muss ah ok ja auf jeden Fall hat Spaß gemacht ja auf jeden Fall warum? weil mein Sohn jetzt wach wird und ich jetzt äh ne den aus dem Kinderzimmer holen muss ah ok aber das war ne schöne Runde Dota das muss ich schon sagen ja auf jeden Fall hat Spaß gemacht ja auf jeden Fall ja